Ich habe viel mehr Pioniere. Ich habe viel mehr Pioniere. mal gucken ob das wirklich stabil ist ich habe keine ahnung was die schlecht aufsetzen könnte das wäre auch cool aber es gibt noch nicht machen noch ein paar hier größeren durchgaben ich denke was dazu ich platz haben habe ich wahrscheinlich hier denke ich weil ich muss sagen gibt noch nicht viele einheiten und nicht so viel zu bauen aber es gibt einiges zu bauen und vor allem ich arbeite nicht automatisch das ist gut und alleine holz oder leine und dann holz wenn es nicht kennt man hat und auch dann was zum bau sind die am besten noch geeignet für dich ich habe ich habe 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 einer reich glaube ich das wollen wir gehen nicht weg die beiden bleiben stehen das habe ich ja auch wieder machen können Ich glaube, ich kann das mal wieder Ausflug machen mit denen. Mal schauen. Das muss mir jetzt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 was was muss ich drum hin sein, du hast zu besiegen, ey alles zerstört oh man eben habe ich das geschafft gehabt, jetzt diesmal nicht, das verstehe ich nicht ganz äh? das geht mir nicht, verstehe ich nicht äh? das ist nicht so stark das ist aber, pfff weiß ich nicht ich kann nicht tun, dass wir von einer Truppen hinschicken, sobald ich die wieder kaputt machen will gar nicht das ist ja hart das ist ja 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 guck jeez So, dann machen wir mal anders. Ich muss doch irgendwie Türme bauen hier irgendwie, keine Ahnung. So, dann gehen wir mal an, dann gehen wir mal an. das ist ein verordern dass es hier reinpacken willst ein verordern wir nicht ja 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 Kann er das da reinmachen, in die Kiste? Macht er das da rein? Da reinlagern? Der lagert ja aus. 1.660 K tragen? Das ist ja hart. 1.660. Das ist verdammt viel. Okay, 1.000, ne? 1.660. Upgrade. Risade. Ich würde zu gern, dass da Viecher drauf sind. Mit Gewehren. Das ist ja da. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 5. 6. 6. 7. 7. 10. 10. 10. 10. 11. Ich verstehe. 15. 15. 15. 16. All right. Das sieht komisch aus, aber das ist okay, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. ich soll es jetzt upgraden eigentlich das war der plan so das da und noch eins bauen habe ich so viel gesammelt nicht ich weiß nicht was zu bringen wenn ich da hingehe aber im grund hat es bestimmt sein kann ja höre machen so ich sehe gerade das das können wir runter machen ja 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 und da machen wir machen jetzt nur da sind jetzt vier die machen wir auf wir machen wir auf auf und das ist keiner so jetzt bauen wir uns aber ich habe eigentlich genug führer ja Okay. Yes. Count on me. Yes. So, wir haben jetzt Arobat eigentlich, aber hier ist auch wieder nichts, ne? Was kann ich damit machen, das ist die Frage. Ich glaube, schick mal ein Pionier dahin. So, wir gucken mal, dass wir da das Ende von euch mal hinschicken. Lass mal loswerden, die Sachen, die er trägt. Ach, je, ja, falsche gemacht. Aber wir können die ausladen. Na? Okay. Yes. Da ist 100 Holz geladen. Okay. On my way. Yes. Count on me. Ready for action. Alright. Ich würde gerne was bauen, aber ich kann das nicht bauen, wenn ich bauen will, ne? Das ist das Problem. Okay. 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 What count on me. What count on me. Yes. I'm always advancing. Alright. On my way. Okay. I'm always advancing. Okay. 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 ich weiß nicht was genau machen soll ich habe es ausgebaut ich baue es ausbau aus habe truppen stört die eingeborenen dörfer ich weiß nicht weil er eigentlich hier oben pick up liegt drop it to your aber auch abpicken das weiß ich nicht ich weiß nicht kann ich denn jetzt auch hier kann ich nicht abwecken ich kann keine aufheben das problem ausbauen hier das ist auch das problem export export auto export mein es ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Du habe, habe ich gemacht. Die Frage, wenn ich jetzt hier bin, hatte ich noch Angst. Ich habe, dass ich nichts machen muss. Okay. Pick up the relict and drop it into your harbor. Ja. Hä? Verlegt. Ja. Ja. ob der pick-up ich weiß nicht wie das aufheben soll ich muss euch das aufheben das relikt und ich soll es auf abpicken ich weiß nicht wie ich weiß nicht welche einheit ist das auch aufheben soll dem das nicht aufpicken das geht ja nicht oder man kann das nur der schwert das kann ich auch sein ansätze ein machen oder ich weiß es nicht ach das ist doch ein dass der kann auf jeden fall das nicht das relikt was heißt ich müsste erholen kann ich kann es auch nicht probiert ich denke mal der mit dem sieben der was ist build labor rai schlager hmm can use spy scouting build large transport kapazität die lehre anzünden reguläre leads das ist ja nicht aber überlegen die tragen es ja auch von da nach da eigentlich aber auch nicht ich meine die lesen hier in here okay wo das da da das ist vieler truppen schon auch dahin hmm 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 ja ich würde gerne wünschen mission geben aber das auch nicht erholen rechte das also der serie hat sich wohl die kannst du auch nicht holen die erst recht nicht das kann ich die jetzt machen hier machen wahrscheinlich noch mal mehr er kann das auch nicht transportieren das ist das problem ja also ich weiß gerade echt nicht wie ich da oben ich da oben das hinkriege ja das weiß ich 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 kann nicht noch mal wieder die philogie abziehen m ja ja ich weiß nicht so gucken soll das ist doch ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht es ist typisch was menschen die aus menschen machen ja 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 hallo, hallo, willkommen. Ich verstehe gerade alle eingeboden hier. Ich weiß, ob das richtig ist oder so. Wahrscheinlich ist es nicht richtig, aber ich muss irgendwie weiterkommen. Ich weiß noch nicht wie. Okay. Noch eine. So, jetzt schicke ich den. Den schicke ich Holz. So. So, jetzt schon. So. Vielen Dank. Okay. Hmm. Okay. Alles zerstört. Alles zerstört. Alles zerstört. Das muss ja auch noch ein Wagen sein, oder? Der kann ja hier mal... Das ist alles zerstört. 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 Okay. Count on me. On my way. On my way. Body for action. Okay. Ach, kann ich einfach das mit Laster holen. Und wer geht mal kurz da hin? Und... Ich habe auch einmal viel Zeug. Das ist die Sache. Ich denke mal, wir haben hier alle besiegt. Habe ich hier alle eingebunden. Ähm... Da habe ich eh... Guck. Das ist das... Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 ja, gut ja 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 blin 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 das ist alles ich bauen kann aber vielleicht kann ich die habe ich noch nicht auch was da erhöhen ist das erhöhen vielleicht schauen ob die verbesserung geht da gibt es hier eine verbesserung kann das verbessern das aber so viele schon zerstört also das ist kein problem jetzt nicht aber ich habe übertrieben viele truppen gerade aber naja ich frage mich auf die truppen am maximal haben darf ich mir echt das ist wieder ein paar erste die sagt hat er auch so komische dinge und ich nicht hat er sonst nicht nicht okay Hot. Hot. Ich kann ihn eigentlich noch hier einschicken, oder so, ne? Ist hier unten noch was? Viertausend, was? Fünftausend, ey. So, hier kann man was hier oben holen.